Fehler an. Guckt euch diesen roten Typ mal an, der jetzt hier stehen bleibt. Von Man United, Ossimhan. Ja, er steht. Guckt euch das an. Ossimhan ist ein Zombie. Guckt euch das an, außen. Ossimhan hat es gezeigt. Ist also ein Zombie. Er winkt. Den Fans. Krass, gell? Ossimhan ist ein Zombie. Wenn ihr nicht seht, ganz außen, rechts. Warte, jetzt könnt ihr doch gucken. Der da oben, der da hatte, die Hand hochhebt. Ja, guckt euch das. Das anderen ist ein Zombie. Ich hab mir das schon immer gedacht. So, das war's.